30. September 1998. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrella's Bio-Waffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Der Schmerz. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Wie weit ist er denn gegangen? Wie weit ist er denn gegangen? Wie weit ist er denn gegangen? Jemand zu Hause? Wie weit ist er denn gegangen? 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 Wie weit ist er denn gekommen? Ist er nicht so schön, wie weit ist er denn gekommen? Wie weit ist er denn so? Was ist das? Das gefällt mir nicht. Boah, wie das riecht. Hey, 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 hey. Hey. Ich höre Sie. Wie ist Ihr Status? Was ist hier los? Was war das? Nicht dein Ernst. Dann ist es nicht mehr witzig. Ich höre Sie. Ich höre Sie. Ich höre Sie. Sie sind nicht mehr witzig. Ich höre Sie. Was ist? Hier ist Konda 1. Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Ich brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort ran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Mach's los. Melde mich. Ich find selbst raus. Ach. 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 Oh Gott. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich bleibe! Mein Körper! Was ist das? 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 Mein Glückstag. Was ist das? 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 Was ist das?